Hey Leute! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich hier mit der Hella. Hallo! Wir sind immer noch beim Chiyo und haben heute was ganz Besonderes vor. Und es ist einfach eine sehr coole Challenge. Wir werden uns nämlich hier so ein bisschen durchtauschen mit dem Projekt, das wir am Anfang gleich gewinnen werden. Also wir werden ja mit so einer Kleinigkeit anfangen. Ich denke, es wird jetzt sowas krass sein. Hoffentlich haben wir nachher was richtig krasses. Und genau, das holen wir jetzt gleich mal ab. Wir werden das gewinnen und dann schauen wir, wer am Ende das Coolere hat. Bei ihr seht ihr, bei Hella seht ihr, was sie am Ende ertauscht hat. Und hier seht ihr ja dem, was ich jetzt tausche. Genau! Dann würde ich sagen, geben wir erst das Glücksrad. Ja, wir sind jetzt hier am Rad und ich will jetzt einfach mal drehen, ne? Ja! Stopp Leute! Jaaaa! Das war ganz gut eigentlich. Okay, das geht. Jetzt bin ich dran. Mal sehen, was ich jetzt mache und was mein Anfangsteil sein wird. Das sind saghaft. Ey, wir müssen noch mal drehen. Der muss einmal richtig rum. Jetzt wird es schmackeln. Und sie haben hier einen unerschönen Eimer. Wuuuuh! Ich hab den Eimer! Dankeschön! Das Ding ist. Dann sieht er ja, was man für welche Zeit kriegt, ne? Mit der Elfer ist da einfach nur ein Stopp Beutel gekauft. Das steht da drauf. Also, jetzt geht's los. In einer Stunde treffen wir uns dort wieder. Wir haben eine Stunde Zeit. Und dann, ähm, ja genau. In diesem Pferd da vorne wieder. In diesem Karussell. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist mit diesem Beutel. Aber ich glaube, es geht schlimmer. Man kann irgendwas dafür kriegen. Wir versuchen es einfach mal. Okay, also mein Plan ist es jetzt erstmal an so ein paar Ständen zu tragen, ob die uns das geben. Ähm, und dann haben wir auch noch mal bei den Leuten. Aber erstmal brauchen wir ein kleines Upgrade. Und mal gucken, vielleicht sind ja irgendwelche Verkäufer ganz nett. Die haben schon irgendwas. So, dann gehen wir jetzt mal hin. Also, wir haben jetzt gerade auf dem Weg zum Stand ein paar Zuschauer getroffen. Und, ähm, ja, ihr habt was zum Tausch? Ja. Ein Guckenschreiber. Dann gebe ich euch das Gucki-Base in der Tür. Ja, Dankeschön. Und dann lass doch eben Bild machen. Ja. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal Kugelschreiber auch noch. Das ist ganz gut. Die Tasche haben wir auch noch. Zeig mir mal die Kugelschreiber. Ich hab die gerade gar nicht noch gefehlt. Hier, das sind die Kugelschreiber. Wow. Und jetzt, ähm, fangen wir mal beim Kugeln aus. Ich hab mal eine Frage. Wir drehen gerade ein Video für YouTube. Und wir tauschen hier ein bisschen die Sachen, wenn ihr am Ende das Beste habt. Und vielleicht habt ihr ja Lust zu tauschen gegen irgendwas Kleines. Dass wir etwas Besseres haben und dann weiter zu tauschen. Und gegen einen Käppi? Ja. Das ist super. Ja. Super, Käppi. Vielen Dank. Danke. Tschau. Tschüss. Tschau. Wir haben jetzt einfach eine Käppi bekommen für unseren Sack. Mega gut. Also, damit sind wir jetzt schon richtig dabei. Da dürfen wir jetzt nicht runtertauschen, weil das ist schon ziemlich gut. So, wir haben jetzt, ähm, ja, den nächsten Stand gesehen, wo wir mal hingehen wollen. Hi, ähm, wir machen da so eine Challenge, wo wir Sachen tauschen, dass wir immer mehr Bär am Ende haben. Ich hab mir jetzt gerade bei so einer Käppi hier gelacht. Okay. Und ich wollte mal fragen, ob es irgendwas gibt, ob wir das vielleicht tauschen können, dass wir... Ja. Okay. Wie wäre das denn vielleicht mit einer schönen Gülle schließen? Ja. Hat vielleicht mit dem Pferdekopf oder mit dem Sonnenreiter-Logo? Ja, das können wir gerne machen. Mit so einem schönen Pferdekopf? Mhm. Das wäre doch auch ganz schön. Ja, die ist schön. Das wäre super. Vielleicht lieber was in Bronze geben. Guck mal, das wird ja richtig gut. Das wäre dann im Prinzip nochmal das Sonnenreiter-Zeichen beziehungsweise das Runen-Zeichen als Friedensreiter. Also da könnten wir uns überlegen. Kannst du jetzt echt eins von den drei Teilen aussuchen? Die ist halt auch cool mit dem Pferd, ne? Ja, das ist auch mega. Mit dem Pferd ist auch toll. Ich glaube, damit kommen wir natürlich gut weiter, ne? Ja, ich glaube auch. Mhm. Das ist richtig cool. Dann würden wir die, glaube ich, nehmen. Ja, gerne. Und die Käppi, vielen Dank. Danke auch. Sie freut sich. Tschüss. Danke schön. Ja, das war auch sehr spendabel vom Sonnenreiter-Stand. Also, jetzt haben wir eine coole Gürtelschnalle. Ich glaube, die ist vom Wertziel. Ich glaube, es ist besser jetzt der Tauschjahr, ne? Ja, ich denke schon. Und die kann man auch gut tauschen, weil die ist schön neutral auch so, ne? Ja, sehr gut. Okay, wir machen uns jetzt erstmal weiter mit unserer Technik an den Ständen. Ja, jetzt versuchen wir diese Gürtelschnalle weiter zu tauschen. Ja, also wir machen da so eine Challenge für YouTube gegen eine andere YouTuberin, dass wir hier immer weiter tauschen die Sachen. Und wir waren ja schon in den eigenen Ständen und haben jetzt gerade so eine Gürtelschnalle bekommen. Wir haben ja auch Lust, um etwas zu tauschen. Wir haben ja auch für eine Tüte tauschen wollen, aber es ist nicht so was Tolles. Mit der Tüte haben wir angefangen. Ach so. Dann meinte sie, sie würde uns die Tüte auch einfach so geben, ohne dass wir irgendwas tauschen. Und da haben wir natürlich auch nicht Nein gesagt. Das wäre super. Dann haben wir noch ein bisschen mehr zum Tauschen. Das ist mega. Wir machen schon mal weiter. Viel Spaß. Wir sind jetzt mal im nächsten Stand. Es ist schon etwas unangenehm, Leute zu fragen, weil manche wollen es vielleicht auf Anhieb gar nicht unbedingt. Aber bisher hatten wir ja viel Erfolg und die Leute waren sehr nett. Mal gucken, wie ist die aus. Wir tauschen gerade so, machen wir eine Challenge. Ja. Machen wir eine Tausch-Challenge. Ja. Und ich habe jetzt eine Tüche schon mittlerweile und so eine Gürtelschnalle. Ja. Gehen Sie mal zu dem jungen Mann, der im karrierten Hemd, der kann ihm weiterhelfen. Okay. Okay, bitte. Danke. Wir haben uns zu Ihnen geschickt, weil wir machen gerade eine Tausch-Challenge. Also man muss sich hochtauschen. Es muss immer besser werden. Wow, super. Dankeschön. Zeig mal. Das ist ja nice. Sehr cool. Das ist richtig schön. Die nehmen halt nichts von mir. Okay. Nächster Laden. Okay. Alles klar. Okay. Alles klar. Ciao. Ja, das war jetzt unsere erste Achtung. Ja, das war jetzt unsere erste Achtung. Ja, ich tue gern die Tübüden. Wir tauschen hier so Sachen gegen eine andere Führung. Und ich habe ja schon gefragt, ob die Tübüden am besten gegen die Tasche oder gegen die Tübüden. Das ist eine gute Idee. Ja, das können wir jetzt machen. Ja? Das ist super. Okay, super. Die gefällt uns. Und dann gehen Sie nach nächster Geschäft und dann tauchen Sie wieder. Wow. Ich fühle die Tasche richtig gut. Ne, ich glaube ich tausche echt nicht mehr. Da tue ich mein Endprodukt dann rein. Boah, die ist richtig geil. Guck mal. Ich finde die gut. Ja, die ist richtig geil. Jetzt müssen wir die beiden Sachen tauschen, wir noch. Und dann tue ich die Endprodukte da rein und dann haben wir es. Ja, wir treffen gerade eine Challenge, wo wir gegen eine andere YouTuberin Sachen tauschen hier auf dem Shio. Ich gebe dir dann einen Strick. Super. Sehr cool. Ja, das ist super. Da helfen Sie uns sehr mit. Und dann Schnalle. Ach, die können wir behalten. Das ist so. Die Leute tauschen einfach an. Danke. Und jetzt kommt einfach der unangenehmste Moment in dem ganzen Video. Es waren schon so viele Cringe-Situationen. Aber das ist wirklich jetzt die Krönung. Ich erkläre ihm einfach schon alles und dann sagt er, er kann einfach gar kein Deutsch. Und dann packe ich da mein Schulenglisch aus. Aber hey, wenigstens kann man es mal irgendwo anwenden. Wir machen eine Challenge für YouTube gegen einen anderen YouTuber. Okay. So, vielleicht möchtest du etwas exchange? Von dir? Nein, ich kann dir etwas geben. Ja? Oh, cool. Das ist wirklich gut. Und das für dich? Perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf einen guten Tag. Tschüss. Ja, okay, so schlimm war es am Ende dann eigentlich auch nicht. Und wir hatten ja auch echt Erfolg damit. Wir hatten dann nur noch 5 Minuten Zeit, aber hatten nochmal einen richtig guten Tausch am Ende. Wir machen ein YouTube-Video gerade. Mit einer anderen YouTuberin noch gegeneinander machen wir eine Challenge hier. Und ich wollte vielleicht noch etwas zu tauschen. Mit einer anderen Seite. Wie das? Ja, sie können ja mal etwas anbieten. Ich habe sonst auch noch etwas anderes. Machen wir ein schönes T-Shirt zusammen? Das ist sehr super. Das ist sehr cool. Ja? Das ist nett. Machen wir das, ist okay? T-Shirt gegen was denn dann? Gegen den Strick? Oder Pferdchen ist auch schön? Pferdchen ist auch schön. Ja, nicht schön. Aber... Mach mal... Mach mal die Strick. Cool. Super. Super Tausch. Vielen Dank. Sehr gut. Danke, schönen Tag. Das ist so geil. Jetzt ist auch die Zeit gleich rum, ne? Lassen wir euch schnell zum Treffpunkt gehen. Ja. Bevor ihr sagen, was ihr habt, erzählt mal kurz, wie war es? Es war übertrieben unangenehm. Ich habe es auch eben einmal gesagt, dass es sehr unangenehm ist. Ich musste einmal auf Englisch sprechen. Auf Englisch? Ich habe alles gemacht. Oh Gott, das war jetzt im Video drin. Weißt du, ich habe das halt gemacht. Aha! Das schlau! Ja, das hat auch sehr viel gebracht. Und das war so unangenehm. Gut, dann Lea. Willst du anfangen? Ja. Also wir haben das hier. Dann haben wir die Tüte. Gute Laune. Also die finde ich richtig sexy. Finde ich richtig krank. So. Jetzt kommen wir schon zu... Ey, mein Highlight war eigentlich zum Schluss. Ich habe nämlich ein ganzes Outfit eingebaut. Oha! Also nicht ein ganzes Outfit. So, dann haben wir einmal diese coole Cap. Die ist schon sehr cool, muss man sagen. Und jetzt kommt das Highlight einfach. Das ist das Highlight? Jetzt guck mal. Das ist mein Highlight. Das Shirt habe ich einfach. Das war Outfit. Das ist so geil. Die ist geil. Ich find's so geil. Das war drauf. Hab dann noch hier die Shopping-Bag. Und ich sag's euch so. Geh ich dann los. Und jetzt kommt die Frage, wie viel ist dein Outfit wert? Ich meine, wenn du es jetzt kaufen würdest? Weißt du, unsere Probe? Ich weiß nicht. Die hat es 15 Euro gekostet eigentlich. Und das? 20. Tasche? Ich weiß nicht. Ich glaub die war... Weißt du, aber die kaufen musst du? Da ist ja keine Marke drauf. Da ist ja keine Marke drauf. Wagen wir mal 10 Euro. Und diese Ding? Ja. 1 Euro. 1 Euro. Das heißt 46 Euro. Und der Faktor gilt aber auch noch, wie das aussieht, ne? Das geht schon sehr cool aus. Ja. 47 Euro. Ja. Das gibt nochmal einen Euro extra. Okay. Jetzt kommen wir zu meinem Endergebnis. Also du weißt ja, das hier habe ich mir einfach gewollt, hätte ich gesagt. Ach so. Das hast du gekauft? Nein. Geholt haben wir das in der Büchland. Ah. So. Und jetzt kommt's. Kannst du dir ja vorstellen. Schon mal teuer? Teuer, ja. Jetzt kommen sie. Glaubst du nicht. Wie hast du das denn ergattert? 200 Euro. 250 Euro. Was? Ja. Das wirst du im Video sehen. Also ich hab dir richtig in Gestande gewusst. Ja. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen total, dass es euch gefallen hat. Mir auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr lustig, unangenehm, aber allgemein echt cool. Echt richtig schön. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben coole Sachen bekommen. Wenn man sich überlegt, wie wir angefangen haben. In einer Stunde. 0 Euro. Das ist echt der Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Wirklich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder auf Leas Kanal oder auf meinem. Oder beide. Oder schaut euch das andere noch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Genau. Wie die andere Person zu ihren Sachen gekommen ist. Ich bin so gespannt auf dein Video, Lea. Ich bin auch gespannt, wie ich das gemacht habe. Ich bin auch richtig gespannt. Ich bin auch gespannt. Bis dann. Tschau. Tschüss.